Hallo und herzlich willkommen zurück bei Battlefield 1. Hast du gerade vergessen, die Aufnahmetaste zu drücken? Nein. Hast du hier? Ja. Alter, ist das neblicher. Ja, ich bin Sanitäterklassenrack 12. Komm, die halbe Map ist schwer. Robert, stimmt ja. Hier wird schon wieder scharf geschossen. Kill all the FPS. Hast du das heißen? Naja, ich glaube, der meinte, dass der Nebel für ihn das Spiel zum Ruckern bringt. Ja, so schlimm ist der Nebel nur nicht, ne? Ist das hier ein Panzer, oder was? Hä, wieso hab ich hier denn Gasgranaten? So jetzt aber nicht. Ziel zu lösen. Er ist ein Torhuder. Alter, er fällt hier erstmal alles um mit seinem Scheißpanzer. Alter. Wurpt? Vor allem... Du bist einfach vor mir umgefallen. Da unten steht ein Sniper. Wo? Geradezu. Hinterm Baum. Hier? Ja, Lukas, ich weiß nicht, wo du bist. Ich bin tot. Hinter welchem Baum? Och, Lukas. Wir verlieren Einsatzziel Cäsar. Ja, der ist tot, wenn er hier nicht mehr ist. Shit, jetzt hab ich schon wieder vergessen... Was ich bis heute nicht verstehe. Warum ist denn eigentlich der Fock auch im Haus? Wir haben Einsatzziel Emil. Ja, das ist halt Special Equipment. Was macht da aber überhaupt keinen Sinn? Wenn's draußen neblich ist, ist es doch bei mir im Zimmer auch nicht neblich. Schon wieder tot. Alter, mein Team ist echt richtig geil. Unser Spieler hier, die wir haben. Liegen die zwei mit? Die spielen, glaub ich, Support? Oder? Wo ist der denn? Liegen da rum? Und dann, äh... Werde ich angeschossen? Als Medic. Aber die helfen mir nicht. Ist denen einfach egal. Na gut, ganz ehrlich, was würdest du auch machen? Fuck, ich wurde angeschossen. Stachelkeule, Junge. Richtig schön erwischt. Alter, geil, ich hab die Battlefest... Battlefest... Scheißig. Alter, jetzt hat der... Geil, der ist gestorben. Max, ich liege hinter der Mauer. Granate! Jetzt schützt man Handgranate. Wir haben Einsatzziel Bertha verloren. Ah, das sieht man. Was? Der wurde durch die getötet. Nein, ich meine, man sieht... Auf der... Also in seinem... Wie heißt denn das? Was? In seinem User Interface, sozusagen. Hä, was willst du denn jetzt von mir sagen? Ähm, was für eine Granate das ist. Ja, da stand eine Granate. Da steht doch immer... Da steht immer durch welche Waffe du gestorben bist. Nein, auch wenn du... Bevor du gestorben bist. Jetzt hab ich dich gestorben, oder? Hä? Also... Wieso soll ich denn in meinem Interface sehen? Wir haben Einsatzziel David erobert. Wir haben Einsatzziel David erobert. Mit ihm versен. Ja, ich bin schon vorher tot. Wir haben Einsatzziel David erobert. Kann überhaupt nichts. Weißt du, dann steht er da, anstatt mal vorzulaufen, nein, dann muss ich als Medic vorlaufen, damit er sieht, wo die Gegner sind. Weil die dann mich erschießen. Kann man nur so dumm sein. Achtung, hier unten steht er da mit der... Hä? Halt's bei dir auch grad so komisch? Äh, gemacht? Weiß ich nicht. Ich glaube, der eine, der hinter mir, der hat irgendwie einen Sprachschutz an, der hat mir gesagt, so... Äh. Ich glaube, stimmt. Oh fuck. Unser Trupp da drüben wurde gerade ausgelöscht. Haki, gib mal Feuerschutz! Ich? Ja. Hier kommen sie. Hier liegt einer dahinter. Warte, hier liegt einer dahinter. Und dem muss ich mich zuerst so... Achso, der... Der hab ich jetzt in den Arsch geschossen. Oh, um Gottes Willen! Alter! Ich liege auf der Mauer. Auf der Mauer, auf der Mauer, auf der Mauer, die kleine Wanze. Oh Gott, da war ein Panzer. Ja, ja. Aber ich hab noch jemanden mit der Axt in den Rücken gehauen. Jetzt überrennen sie euch. Aber... Warum bin ich eigentlich so scheiße? Kannst du mir das mal erklären? Wir brauchen mal eine Anti-Tank-Ausstattung bei B. Bei B? Detlef. Detlef. Detlef! Detlef! Ja, ich bin noch... Ich bin noch... ...noch Anti-Tank. Wo ist denn hier der Panzer? Hallo? Was denn? Wo der Panzer ist? Ich sehe nicht, wo der Panzer ist. Ich sehe nicht, wo gerade der Panzer langsfert ist. Abwehrkrieg ist versehbar. Ich bin fast tot. Da ist er doch noch. Der ist sogar markiert. Ja. Ja. Jagdflugzeug. Danke. Was? Wir haben Einsatzziel Cesar erobert. Wir haben Einsatzziel Cesar erobert. Warum auch? Nur weil du das gut kannst, musst du das doch die anderen nicht machen. Tja, also... Bei 32 Leuten sollte es nicht nur einen Medic geben. Also, ich spiel's deswegen nicht. Also, ich spiel's deswegen nicht. Also, ich spiel's jetzt nicht nur in unserer Fünfergruppe. Ich spiel's deswegen nicht. Weil ich's nicht kann. Also, ich bin bisher noch nicht einmal in den Abwehrkrieg. Und meistens sind die Leute, die... ...die ja... ...dann mit ihrem Infanterie-Team... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, geh doch in den Bauchlager. Ja. Ja, ist der Panzerbezirblich erledigt. Ich hab den Leicht... Ich kann sich leicht hier... ...halten zum Überspringen drücken, weil es kommt hier keiner. ...um nicht wiederzubeleben. Hier jetzt als Medizimann zu C, das wär wahrscheinlich das Beste, ey. Du Schweine. Aber unser ganzes Team ist bei B. Ja, ich bin jetzt auch wieder bei B. Ja. Ich helf dir! Ja, wie geil ist denn das jetzt? Ich kann hier einzelne Personen markieren. Ich bin hier im Rebound an. Das sollst du ja auch machen. Das könnte man schon üben. Nein! Ich meine... Ähm... Alter! Hat er mich eiskaltig gesnipert. Ähm... Jetzt... Ich als Medic kann einen Toten markieren. Als Ziel. Weißt du, was ich meine? Ja. So wie sozusagen, wie auch ne... ne Flagge oder wie auch immer. Da auf dem Dach macht es gerade zu. Da auf dem Dach macht es gerade zu. Ach, ich bin doch scheiße. Das macht gerade überhaupt keinen Spaß. Ne. Hat Battlefield überhaupt schon mal Spaß? Ja. Ja. Oh Gott, da ist einer! Pfff! Pff! 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 Ich bin draußen rum. Ich will nicht ins Fenster reinklettern. Nein, Mami! Ich brauch mal Heilung. Warte, ich bin gleich da. Was ist das denn? Drei? Keine Ahnung. Danke! Na ja, Klassenangereich. What the fuck ist hier gerade passiert? Alter! Der Artillerie war, hat mich erwischt. Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren. Brauchst du dich da gar nicht mehr hin teleportieren lassen? Weil du wirst sowieso gleich krummel haben geschossen. Das ist doch... Großer, großer Mist. Pff! Pff! Ja! Ach! Das ist doch Scheiße, Mann! Fuck! Vor allem, wo kommen die denn jetzt alle her? Und wo ist denn unsere Truppe? Ich bin schon wieder tot. Ich komme und bin tot. Das ist, als würden wir hier zu 40 gegen 100 kämpfen. Tsss... Das ist echt nicht feierlich. Ich versuche jetzt mal mein Glück als Versorgungssoldat mit so einem Unterdrückungs-MG. Aber... Du kannst einfach nur hoffen, dass du Granate der richtigen Leute willst. Ja... Schöpfe. Zwei Schüsse. Zwei Schüsse. Ach... Das ist scheiße. Von wo denn? Aua! Ich bin schon wieder tot. Durch was denn? Automatico. Hier draußen steht einer. Hier draußen liegt einer, Max! Achtung! Wenn du hier rauskommst, gleich rechts... Der liegt da so voll scheiße. Brandgranate, alles klar. Also ich weiß nicht, ob wir uns dumm anstellen oder ob das einfach die Super-Pros sind auf der anderen Seite. Warte. Ich steck dir in den Brommer. Ah! Selbst C wird uns abgenommen. Sie haben Einsatzziel Bertha verloren. Die wohl schon wieder getötet. Das ist kein Wunder, die stehen ja auch alle hier. Man wird mitten ohne Schutz irgendwie einfach reingeworfen. Halbzeit. Der Feind hat die Oberhand. Ja, und wenn man dann da ist bei so einem Team Paraden, lässt er sich einfach zu Glück setzen. Lässt ihm was im Fuck hier reinmachen. Ja, und dann kommt der Panzer. Ich hab jetzt keinen Lust. Ich bin jetzt zu 10. Vielleicht hilft es da besser. Ist echt sau dumm hier an der Stadt. Innerhalb kürzester Zeit, glaub ich, 10 Mal gestorben. Vielleicht sollte ich es einfach mal als Sniper versuchen. Und mich aus dem ganzen dummen Geschehen raushalten. Ich war doch schon wieder Sniper-Schuss. Ja, weißt du, ich kann nicht mal zum C-Rent nicht mehr. Das war ja schon. Abgeschossen, genau. Nö, ich hab keine Lust mehr auf der List. Und der hat noch 10 Leben, das dumm ist. Sackgesicht. Wie kann man nur nur so schlecht sein? Das meine ich jetzt nicht mehr als... Alter, was ist das für Scheiße? Ich kann nicht mal zu meinem Team vorrücken. Weil ich jetzt mal vorher abgeschossen werde. Wir verlieren Einsatzziel Cäsar. Alter, 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 was ist denn hier los? Ja, ich würde sagen, die spielen uns hervorragend an die Wand. Naja, irgendwer cheatet schon wieder, steht der. Sniper Assying Beatle. Ah, Hacking. Ja, aber es ist auch wirklich das... Du hast auch wirklich das Gefühl, du stehst einer Übermacht entgegen. Das wäre jetzt überhaupt nicht vergleichbar. Ja, aber von wem werde ich jetzt wieder angeschossen? Klar, vielleicht ein Panzer einmal quer im Schlachtfeld. Das ist schon ein Wahnsinn. Wo bin ich? Wie komme ich denn jetzt aus der Scheiß-Konsul wieder raus? Mit diesem komischen Oben, mit diesem... Ah, ich habe es schon. Ich wurde von hinten abgeschossen. Also von... Höhe A. Unser Luftschiff ist unterwegs. Ja, wow. Alter, was sind denn das für Flaschen hier in der Truppe? Du Idioten einfach. Max, wir sollten nur noch aufs... Aufs Ding sehen. Aufs Fluchzeug. Verbündeter Behemoth. Wahrscheinlich ist es gleich schon wieder tot, so schnell wie es gekommen ist. Ja, so wie es aussieht, ist es gleich schon wieder tot. Das kann aber nicht wahr sein. Ich glaube, hier ist irgendwie ein feindlicher Panzer oder so. Max, das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Ich wurde gerade quer über die Map mit einem Tankgewehr im Kopf geschossen. Naja. Der hat halt Skill, Lukas. Du bist halt einfach zu schlecht. Will? F6. F6. Alter, Obi-Wan, du blöder Hund. Ach. Nö, ich habe echt keine Lust mehr. Man sieht hier keinen Stich. Ist echt nicht mehr lustig. Ja, wollte ich schon viel für den Decker sehen, wenn ich weiß, glaube ich. Pferde bestehen ja auch aus Stahl. Du erkennst nicht. Nur aufhaltsame Viecher. Lukas, was machst du da eigentlich? Ich bin gerade vom Ding abgesprungen, weil es gerade in Luft aufgeht. Falls es denn noch nicht aufgefallen ist. Ich habe eine Granate. Granate ist raus, hohe und zu. Noa, wer... Ganz ehrlich. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, warum ich, egal wo ich bin, immer erschossen werde. Egal in welcher Lage. Ich verstehe es nicht, wie ich erledigt. Ich verstehe es nicht. Ach, guck mal zu werfen. Ach, guck mal zu werfen. Ja, genau. Gleichter Panzer oder was? Für der 1 1, Junge. Geile Nudel. Baby, Dr. Wink hat mich jetzt schon fünfmal abgeschossen. Dr. Wink. DRK Winter heißt er. Aber Dr. Wink bin ich profil. Aber sei denn Dr. Quint oder nicht? Und nicht Dr. Wink. Hä, wieso denn Quint? Hä, weil da steht DR Quint und nicht Dr. Wink, sondern Dr. Quint wäre das dann, oder nicht? Dr. Wink wird doch nicht DRK abgeschossen. Dr. Wink wird doch nicht mehr. Wo? Seit wann das? Schon immer. What the fuck? Was ist denn das hier? Von hinten? Von Boom bei Dr. Quint? Ja, schon wieder. Wurde ich jetzt zum sechsten abgeschossen. Ja, ich auch. Also, my ping is to higgler. Will you are having F more? So? Was? Mein ping is to higgler. Ach ja, komm, fick dich doch, Boom bei Dr. Wink. Arsch, Gesicht. Vor allem Boom bei Dr. Wink. Boom bei Dr. Wink. Boom bei Dr. Wink. Ach so. Vor allem, ich bin ja mit meiner KD nicht mehr der schlechteste. Also, wahrscheinlich schon eigentlich. Nee, Sherlock ist eh nicht hoch. Dr. Wink, ja. Also. Also. Vor allem, ich hab 9 zu 24. Das ist jedes Jahr. Das darfst du ja keinem erzählen. Die lachen dich aus. Ja, ist halt scheiße, wenn man mit Cheatern zusammenspielt. Weißt du, was das lustige ist? Die Seite, wo wir spielen, ist glaube ich die schwerere sogar. Achtung. Das kann mir doch keiner erzählen. Weil, warum trifft der mich immer mit nem Tankgewehr? Das funktioniert gar nicht. Ah, ja. Der Rufus hat mich auch schon 10 mal erledigt. Jetzt versuche ich mich mal im Häuserkampf. Klopf, klopf. Wer ist da? Ich. Alles klar. Ich wurde unter nem Baumstamm erschossen. Mit einem Schuss. Mit nem Tankgewehr? Ne, mit nem normalen Scharfschützengewehr. Aber der Winkel, wo er mich treffen könnte, war ungefähr so 2 cm breit. Also. Ich fahr jetzt nur mit nem Moppe drum. What the fuck, was mach ich hier? Ja. Guck mal, wie wir da noch hingefahren sind. Zack. Stimmt, Schatten des Giganten. Die Map fand ich auch gut. Naja, aber ich bin gerade echt demotiviert. Naja, ich glaub, wir sollten das noch probieren. Vielleicht klappt's ja noch. Weißt du, mit 8300 Punkten bin ich Zweiter geworden. Was ich aber definitiv merke, wenn's dann schon wieder nicht mit rechten Dingen zugeht, dass ich dann das Spiel abbreche. Naja, da hab ich auch keine Lust drauf, auf so nen Scheiß. Also. Das macht ja dann auch keinen Spaß. Ich mein, ich seh's ja noch ein. Ähm, zum Beispiel das letzte Spiel mit Stefan in der Wüste. Da haben wir, glaub ich, auch verloren. Aber das hat ja wenigstens Spaß gemacht. Ja. Weil man eben nicht die, das Gefühl hatte, dass man hier beschissen wird. Hier Meister Heilung, du. Flaggenverteidiger, Boom, Baby, Dok, Dok, Quint. Zerstörte Feind. Hier war die komische Truppe mit, wow, die sind so ne Idioten gewesen. Ich war top bei gesammelten Erkennungsmarken. Zwei. Naja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.